Wir verkaufen Stollen hauptsächlich in unseren Geschäften hier im Barre. Ansonsten über das Verkaufsauto, das querbeet über die Insel fährt, jeden Tag fast unterwegs ist. Und zweites Wochenende, also zweiten Wendwochenende, sagen wir es mal. Da ist dann der Weihnachtsmarkt im Berg von Freitag bis Sonntag. Und da sind wir eigentlich auch jedes Jahr aufgetreten. Ein Stück hier hingucken? So, ja.